Morgen! Morgen! Jedenmal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz für deinen Keks. Das ist meine Frau. Und was passiert, wenn sie es rausfindet? Das passiert nie. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Es gab einen Unfall in Jerusalem. Ohren ist gestorben. Ich habe mich gefragt, ob du ein Worker hier brauchst. Ihr Mann, er stirbt, nicht wahr? Die Kuckeien, die du gemacht hast, sind sehr gut. Du magst sie? Ich würde sie verkaufen, in der Café. Was soll ich machen? Du kannst mir mit der Tür helfen. Ow! Du kennst meinen Sohn? Ich bin sorry, ich wusste nicht deinen Sohn. Sie will nicht dich hier, wir wollen dich hier nicht. Was hast du gebeten? Ich habe sie geküsst. Was hast du da mit mir? Liebe. Was hast du gebeten?